So, jetzt können wir den nämlich mal richtig schön schwächen. So, der ist dann gleich kaputt. Jetzt muss ich mich um die Kleineren kümmern. Um die Kleinen. Die Kleinen Feinen. Ne, das ist doof. Das brauche ich so nicht. Ja, mach das mal so. Oh nein. Scheiße, jetzt sind die natürlich hier frei. Ha, oder auch nicht. Den mache ich gleich mit Alet kaputt. Oder mit Aiwind kriege ich den vielleicht auch kaputt. Ich weiß es nicht genau. Geil, das war gut. Das war sehr schön. Okay. So. Schade, dass ich jetzt nicht nochmal zaubern kann. Aber er kann fünf ab... Das ist gut. Sehr gut. Dann machen wir das. Oh, Critical. Der zehn abge... Was? Ey, wie kann der denn so... Ja, okay. Ist aber jetzt auch egal. Also, das war jetzt mehr so semi... Semi-gut. Ach, scheiße. Die hat sich jetzt auch erwischt. Okay. Das war wirklich nur so semi-gut. Für den ersten Kampf, ne? Der ja so... Einfach war... Ähm... 18. Uh. Okay. Ist das normal, dass wir so viel kriegen? We might make it down this river to the capital without any more trouble. You look at Ivar, surprised by his optimism. And I might sprout wings and start flying. Would that make up for your missing arm? Hey, I get to make jokes about losing my arm. Not you. I suppose it's fair. So, what are you worried about now? I think you should make use of this trainer and his tent that we haul around everywhere. You can't hesitate anymore when it comes to killing others. Not when it comes to protecting your own. Let's bank the chips and make sure you are ready by challenging your skills. Ich hab diesen Trainings-Things noch nie benutzt. You watch for a moment as Ivan, Junos Apprentice, and the Mender found nearly dead at Richhorn. Genau, Richhorn hieß es. Moves his staff in a complex pattern, repairing some armor. Not a bad festival trick, right? Care to give it a try? Mending me? Wie können wir sie jetzt zur Magierin umfunktionieren? Wir sagen mal, sure. Vielleicht funktioniert das. Alright, here try this. He makes an intricate motion with his staff and broken links in the armor fused together. He tried to duplicate his motions, but nothing happens. Ivan smiles. Anyone can be a Mender, but the training can be difficult. I'm not sure I like the way that sounds. You've already completed many of the lessons, tending to wounds, endurance trials, focus amid distractions. It comes naturally to you. Nehmen wir mal eins. You'd have to practice day and night. Ivan looks up toward the unmoving sun. Good. You'd have to practice quite a bit. It wouldn't be easy. It might not even be popular with the clansmen. They're a little skittish around Juno and me. You're not making it sound that great? I've never been much of a recruiter, but manning has its advantages, both on and off the battlefield. Like using lightning to bring down an ancient Valbridge? Ivan grins and picks up some armor. Hopefully not, anyway. Mull it over and we'll talk about it again. I've got to check on the fighter who was wearing this. Ja, das Training-Thing jetzt brauche ich so nicht. They heal as time passes when resting in camp. Jetzt sag mir nicht, ich muss dafür wirklich rest in camp to heal. Oh nein! Das ist fies. Das gab's vorher nicht. Aber jetzt haben wir hier wieder alle. Das ist nett. Also Ivar kommt rein und Harkon. Dann sind wir wieder voll ausgerüstet hier. Drei. So ein Shit. Gut, wir haben 5,20. Das ist sehr nice. Ach, Bersi haben wir ja auch noch. Das sind so eirig. Äh, brauche ich alle gar nicht. Will ich auch gar nicht haben, aber egal. So, Alet möchte ich gerne nochmal promoten. Ach, die können wir ja bis ins Unendliche hoch, ähm, dingsen. Nehmen wir das mal. So, was haben wir noch Schönes? Odd Life war auch Level 4. Die promoten wir auch mal. Ähm, bum bum. Machen wir das mal so. Okay. Jetzt haben wir noch sieben über und die kann ich hier, glaube ich, nirgendwo verteilen. Die lassen wir jetzt erstmal. Und dann werden wir wohl resten müssen. Kann ich jetzt hier? Oh, ich muss in dieses Trainings-Thing. Well, come on in and let's have a look at you, Sven the Trainer says. After quick assessment, he says, Jupp, looks like you could stand to learn a few things. I've... I've got five challenges for you and if you can... Ne, warte mal. Ach, das ist er. Mein Gott. Ich war jetzt verwirrt. I've got five challenges for you and if you can finish them all before we get to Aberang, well, I'll let everyone know you've impressed me. Ha! Sven's laughter is full of Flecken. Let's start with a few of the basics. You think about what he's saying. You feel up to the challenge? Ja, bin ich wohl, wa? Then we will beginnen, Sven Barks. Oh. Wie ich dachte... Dings muss jetzt... Form a shield or kill enemy using puncture. Aha. Okay. Äh, ja, müssen wir wohl starten, ne? Das ist auch das erste Mal, dass wir gegen Schwerleute hier kämpfen müssen. So, das erste haben wir geschafft. Jetzt möchte ich das wahrscheinlich auch noch überleben, das Ganze. Oh. Fies. Sehr fies. Ja, Harkon ist einfach awesome. Boah, die killen mir ja gleich schon den ersten. Okay. Nehmen wir den mal zuerst. Okay. Ha, okay, haben sie natürlich nicht, warum auch immer. Okay. Hm. Mach's mal so. Dann nehmen wir dich hier. Nein, nicht sie, du Penner. So, die hat's schon mal erwischt. Nein, ey, töte mir die jetzt nicht. Oh, ich dreh jetzt schon durch. Spiel! Alter. Nein, ich will da nicht hin. Sterb mir gleich weg. Und, ach, ja toll. Na ja, komm, ich kann's ja nicht ändern. Die wird gleich eh drauf gehen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ihr habt's ja hinbekommen. Ich hab's ja verstanden. Oh, hä? Ja, das hab ich jetzt natürlich nicht geschafft. Toll. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, solche Sachen hasse ich. So, ja, kill den auf den und die Art und Weise. Ich hasse sowas. Ich will es so machen, wie ich es für richtig halte. Ja, hab ich's halt nicht geschafft. Und jetzt? Was wollt ihr jetzt machen? Also, ich kann damit im Prinzip bloß mein Ansehen verbessern. Okay. Ist ja schön. Okay. Gut. Will ich. Interessiert mich jetzt aber nicht so wirklich. So, jetzt haben wir gerestet. Das find ich ein bisschen fies, weil sonst haben die ja automatisch gerestet. Und das find ich jetzt echt doof. Dass ich da jetzt extra noch anhalten muss. Ah, es gibt aber dann... Die gehen wirklich jagen. Das find ich sehr gut. Das ist gut. Okidoki. Shouts from one of the rear longships grabs everyone's attention. The quick construction is proving faulty and the ship is taking on water fast. With dredge on the bank and all other ships almost at capacity, you consider your options. Ah, dann muss ich schon wieder kämpfen. Ne, das will ich auch nicht tun. Vielleicht sollten wir das hier machen. Robes are thrown to those aboard the sinking longship and it is hauled toward the bank. A few dredge appear but keep their distance. Their glowing eyes and strange hums unnerved the caravan as workers make necessary repairs. A crowd begins to cheer from one of the longships as a man struggles with his fishing net. As his catch nears the surface, some voice concerns. You are close enough to make out a large shape and what looks like fur or hair in the net. Keep watching as a man holds it out. Everyone hears your clear order, but the man ignores it and continues to pull in the net. An arrow bites into the chip next to the man's arms. Oddlife has another arrow knocked before you look up. Let go, she tells the man. Or I will. His hands open and some look relieved to watch the unknown catch thing below the surface. Yeah, wer weiß, was es ist. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir es trotzdem erfahren, aber keine Ahnung. Ob das jetzt richtig war, weiß ich natürlich auch nicht. Kann auch wieder irgendwie so ein Monsterviech sein oder sowas. Time on the cramped longships is proving too much for the children. Their climbing ropes, interrupting rowers and constantly leaning over the sides to touch the water. Some Val and Clansmen look annoyed. Wir nehmen jetzt einfach mal die drei. Some Mothers give you irritated glances, while a few Val smile in your direction. Regardless, there is no denying that children are safer by the parents' side. Das ist ja auch richtig so. Da gehören sie ja hin. So, ich guck mal eben, wo sind wir denn jetzt reingekommen. Okay, wir sind jetzt hier im Nirgendwo. Da ist gleich so ein kleines Dörfchen oder sowas in der Richtung. Ähm. Wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns, das Umstall. Also, smoke from a village catches everyone's attention and the longship begins to slow. I doubt these scraps of wood we are floating on can hold many more. Iva says. You feel the governor's gaze on you and he slowly shakes his head. Hm. Tja, hm. Wir sollten auch wirklich nicht zu viele. Wir nehmen das mal. Iva cocks in Arbro. And who will resupply them, when they realize the trade routes are blocked by Dredge? You give him a look and wave the ships to shore. When the ships land, you and a few others rush toward the smoke. But the closer you get, the stranger the situation. There's no sounds of battle or people panicking to put out fires. Keep going, Bolver groats. We'll see what the red are carrying. The walls, the walls comment defies tradition, but soon do many things about him. Hm. Gucken wir uns das Ganze mal an. A barn is the only thing burning. No one is around. Unusual. What life says. Some kind of trick? Nehmen wir mal drei vielleicht. While everyone looks for buckets and water, some Valkyrie a full yorks through to douse the barn. The door and front wall are soon smoking shared remains, easily kicked open. Unfortunately, there is nothing of note inside. We slowly trudge back to the ships and find Rugga pacing. We were ambushed by some bandits while you were away, he says. They took off in a ship with supplies, so we'll be even more crowded now. Makes me think we shouldn't be helping anyone but ourselves from now on. Others' voice, their argument. Mein Gott, ich hab's mit dem Lesen schon wieder, ey. Ja, das war jetzt natürlich richtig scheiße, was wir gemacht haben. Aber okay. Ist nun mal so. A large clump of hazelnut trees look like a good place for clansmen to stretch their legs and gather supplies. Once on land, the children laugh while kicking around leather-wrapped balls of rags. You notice a vial on the edge of the clearing silently staring into the woods. He is watching a lone dredge grunt stalk a squirrel. Sus. Might be an hundred of them in these woods, the vial whispers. Is still loud enough to scare the squirrel and ell at the ground. It looks at you and the vial before slowly backing up. Ich würd sagen, wir verschwinden einfach mal, ne? To the ships, you shout. The ground flees into the woods. Without question, the caravan retreats, quickly loading back onto the boats and pushing out into the river with only a few bags of collected nuts. Das heißt gar nichts. Everyone watches the shoreline in silence, but no sign of a dredge force is spotted. Some complain about running from a single dredge, but most just stay quite vigilant. Na ja, ich mein, man weiß es halt nicht, ne? War wahrscheinlich so ein Scout oder irgendwie sowas. Rock on a vacant island. Azalei's Godstone almost looks lonely. Lonely. Okay. Hm. She's even more beautiful than the songs say. What did you say? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nehmen wir mal 50 Ei, Sven says And leave most of the others with their families Where they belong He starts calling a few forward and turns to you Good food for the day of training Nö, hab ich keinen Bock drauf The trainer looks past you at some boys Bla 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 We need protection Achso, nee, das Hä? Ja komm, machen wir nochmal 50 Okay Consider it done, Sven whistles through his missing teeth Ja, ich hab mich gerade verlesen, glaub deswegen Okay, ich hoffe, das war jetzt so in Ordnung Ähm, dann würde ich sagen, ich mach jetzt nochmal ein kleines Poison hier Und dann sehen wir uns gleich wieder an dieser Stelle Bis dann, Freunde, bis dann Auch ein kleines Poison hier Ich hab mich gerade verlesen, das war jetzt so in Ordnung, da wo das war jetzt so in Ordnung, da wo das war jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020